Hallihallo hallöle da draußen und willkommen zu einem Ausbruchssimulator A Way Out. Mein Partner heute wieder, Eislöwe. Hallöchen zusammen, ich wünsche euch viel Spaß bei den Chaoten. Ohne Witz, ihr werdet auch jeden, na gut, das Spiel wird ja morgen reinkommen. Ihr müsst bis zum 20. ehensundig abwarten. Ich habe mit Doppi jetzt ein paar EC-Folgen oder drei Folgen von Hand aufgenommen, wo wirklich nur Scheiße labern und wirklich, können die nicht wirklich nur Dreck labern. Ja. Da stand mal jemand. Also der Rechte sieht aus wie ein Geier. Vincent, was ist dein Plan nach dem, was? Ich weiß nicht. Ich habe nicht wirklich über das gedacht. Du hast es nicht über das gedacht? Das muss ja erst für dich sein, Herr Überthinker. Ja, Vincent sieht aus wie so, keine Ahnung hier, wie so ein typischer Ausbrischer. Und der andere hier mit deiner Hakennase, wie so ein Geier. Du guckst hier. Na, der ohne Bart. Du siehst aus wie ein Geier. Ähm, wer bist du? Äh, muss kurz gucken. Diebstahl. Der hat acht Jahre Haft zu verlösen. Und der hat das... Ich glaube, ich nehme Leo. Okay, alles klar. Weil der ist selbstbewusst aufbrausend und sarkastisch. Das passt auf mich. Ich bin so ein ruhiger Typ. Nee, ich bin ein aufbrausender Typ. Ich bin temperamentvoll. Und ich trinke zu viel Tee. Okay. Oh, ich hab heute... Ich hab heute bei Alan Wake geflucht wie ein Beklopter. Hm? Worum? Oh, ich bin fast ausgerastet. Okay. Oh, aber eigentlich hatte ich das Mikrofon die ganze Zeit ausgehabt. Oh, dass du ja Glück hast. Oder jetzt ausschneiden musst du. Also das war zu hart gewesen, ganz ehrlich. Das war schon wirklich an der Grenze... An der Grenze gewesen hier, dass ich ausgerastet habe. Hä? Untertitel? Haben wir überhaupt sowas hier? Ja, bei mir ist es an. Gut. So, wo die geredet haben, war es an. Ja, da haben unsere zwei Tümer, die geredet haben. Jetzt gerade eben, jetzt haben wir so Untertitel. Weil es gibt ja manche, die können kein Englisch. Ja, das stimmt. Aber da gibt es auch YouTube, die können das übersetzen. Stimmt ja, Untertitel kannst du ja mal rein extra. Das ist bei mir automatisch drin. Achso. Aber dass die Grafik immer noch so geil ist. Naja, also man lässt sich streiten. Ja, es gab schon schlimmere Spiele. Das ist der Unreal Engine 4 Grafik. Es gibt schlimmere... Ja. Man kann es jedenfalls noch spielen, sagen wir mal so. Ah, jetzt ja. Ja, süße Untertitel. Boah, ich vergesse. Ich muss ja kurz die Steuerung ändern. Warum? Das ist bei mir F die Aktionstaste. Ja, das stimmt. Ja, manche spielen ist eh. Trägen ist dann... Trägen ist eh. Kurs abbrechen. Springen ist da. Taste bleibt. Fokus ist rechte Taste bleibt. Linke Aktion bleibt und spenden auf die Gute. Das hatte die Eise in die Saison. ich habe irgendwie voll die halle so bauen so naja du ist das frischfleisch und beispiel könnten das gucken ob das auto so komisch so ganz jetzt und 2 da kommt ein stück da kommt die större stöckchen brigade mit dem mini was die scheiße auswand ist ja auch sie nach ich hab mal verhaken nach so in diesem kanzeln sie sich in den jahren sie sich sind es cool aus dem betrunken der lederjack und 1 Prozent herbei haben das was auch schon mal mit schütteln als feiert hat er ja auch so wie wir haben noch nicht und so weiterlaufen befreitend er ist gestört schon kommen Prozent du bist hier nicht in Urlaub Mara und Bekämpfchen bis zur Parking Präsenz bürgte hat auch eine Träume auf der Strecke auf Rauhme an der Tat zu halten auch noch schädlich und kommen in die Runde die Strecke die ist kein Problem er ist so viel er hat das ich bin ein 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 das ein 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 Das ist gerade übel zu verwirken, gerade auch zu den Bildschirmen zu sehen, weißt du das? Ja, das stimmt. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. So. So was gemehen ist, mit Wasser abgesprüht zu werden, das gehört sich nicht. Ja, so ist das. In Amerika ist das, glaube ich, immer noch. Hier kannst du sabern. Das ist für uns auch, wo ich rein kann. Ich hatte erstmal keine Lust, weiterzugehen. Ich sitze sechs Jahre im Knast. Du bist aber ganz schön am schwitzen. Wir sind auch Kalifornien oder so ähnlich. Sicher eine Fehlfunktion. Ja, warte. Ich setze mich da weiter hin. Dass nichts passiert, mein Freund. So was kann ich auch stehen. Mach die Zelle auch. Mein Name ist Williams und das ist meine Präsenz. Welche Fragen? Ja. Wann sind wir hier besitzen? Oh, shit. Da gab es einen guten Tito. Aber er braucht nur eine dämliche Frage. Ja, ja. Ja, ich schlaue schon. Ich habe einen nackigen Bobo. Guck nicht auf meinen Bobo. Weil wir so abwarten, dass wir uns so guter Kind strechen gemacht, ne? Ja, geht schon. Es riecht so schön. Das wäre ja. Bei Cyberpunk muss ich eher aufpassen. Warum? Weil ich da einen Drohler habe. Was? Weil ich da einen Drohler habe. Mach das nicht schlimm. So, wenn man da die Brust sieht und so. Nee, das ist nicht schlimm. Hm, okay. Weil die hätten uns doch vorher uns anziehen lassen können. Oh, wie schön. Zuguckt hier, die kriegen die Pfeffer so sauer. Hm. Ja, schon besser. Lass mal Bibi machen gehen. Oh, okay. Wie lange Leute hier. Das kommt für eine Spastik, wie ihr es jetzt gesehen hier. Ja, aber klingt das hier auch so grell, hell. Äh, nein. Bei mir klingt das so, ob mich in der Halle wäre. Na, ich benutze hier ein extra Programm, was das alles so in... Was das klingt, das. Ja? Ja. Oh, I don't know, man. He's over there. Solano. Du hast... Du hast eigentlich auch eine NVIDIA-Grafikkarte drin? Ja. Dann musst du mal gucken und zieh dir mal einen NVIDIA-Podcast runter. Okay. Das ist interessant. Weil ich benutze NVIDIA-Podcast immer für, wenn ich hier aufnehme, für meine UWS-Dinge, weil dann habe ich diesen Raum geklackt und diesen Hallen nicht. Okay. Dann muss ich mir das mal runterziehen. Und das benutze ich auch gleichzeitig für meine Kopfhörer, weil da auch der ganze Hall und Nebengeräusche rausgeht. Mhm, sehr gut. Ja, muss ich mir aufhören. Ja, muss ich mir aufhören. Das ist ja, dass da die Kopfhörer sind zwar, oh, von rein aus hier, äh, Active Noise, aber ich will es noch erweitert haben, alles. Das war noch besser Krippsmor. Hm. Ich stehe dem trotzdem um. Biss ins Regierende hier. nein ich verscheuze ich bin immer schwerer ja er ist stark genug 10 kriegst du hin 10 kriegst du hin der verkackt langsam ja ich merk's schon auch noch zwei ist das ein schwächen ich sogar hier locker hin ich sag dir es geht ja und er hat der körper wohl auch keine kracht ja ohne probleme ich das ist ja sagt ja ja okay das macht ich noch so bist du denn hier ich bin ich jetzt rüber komm 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 jetzt finde ich nicht schade Du musst ja ähm Dingsfresser drücken Hi Kann ich dir eine Frage? Sure, was ist? Ich habe aber nichts mit 15 Na komm ich hoffe 15 Komm, ach, 15 wirst du? 15 Ich bin eine Maschine Geh erzähl nochmal schnell bitte Du hast jetzt viel zu viele Fragen Aber stopp mich für Waffen dann So, wo bin ich eigentlich hin? Maskeplatz Was? Ja, da oben bin ich genau Genau, und dann bin ich da hinten Na, ich komm hier zum Maskeplatz 12 12, komm, weiter, weiter, weiter Was willst du, neue Fisch? Ach, da sehe ich dich Komm, 15 Wie dich am Abwürgen bist So, 15 davon, jetzt nochmal Nein, da nicht, oh Meiner ist eine Maschine Ne, Maschine ist er Nun, erst mal sitz Erst mal sitz ab Eins, zwei Geh und checken Einmal zu sehen Schön, dich auch zu sehen Nur ordentlich aufgewirbt sollte man ein Basketball spielen gehen Okay, komm ich wirst Nee, da kommt es nicht Weil ich auch hingehen muss Hey, was du anst, Whiteboy? Ja, du hast jetzt in der falschen Nähe, Cracker Oh, hier muss ich 20 schaffen Komm 9 Komm 10 Oh 20 So Getsche Push-Ups 1 2 AD geschützt Hier 5 Okay, jetzt haben wir hier noch Hey, New Fish Hey, Frischfleisch Hier muss ich auch 20 schaffen 15 15 17 18 19 Ach komm, da kann ich doch noch mehr schaffen 20 12 12 24 15 15 15 15 15 15 15 16 16 10 14 16 17 15 18 20 22 Was willst du denn? Es geht nicht darum, was ich will. Es geht darum, was Harbin will. Dieser Scheiße besser sein, dass er auf der anderen Seite ist. Er könnte auf der anderen Seite sein. Aber er betrifft mir trotzdem gut, oder? Fakt ist, er betrifft mir wirklich gut, um dich zu töten. Und ich glaube, dass ich dich nicht mag. Also, es ist eine sehr gute Herausforderung für mich. Ja... Ich glaube, dass einer aufs Auge kriegt. Geht in da, Nuke-Fisch! Hey, 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 what the hell? What are you doing? Go, Dragomix, kill him! Uh-huh. Take him down! You idiot, come on, motherfucker! Uh-oh. Torrum... Torrum... Oh, oh. Die Brügel knallen mir. 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 schwester rufen so sagt ja jetzt kommen herr ein bisschen blöden blöden die schwanger aus prozent der für jenen der es längst das mautner die neuen geringer hier das war eine kobe Ich hatte sicher das Bull noch da drüben. Wie machst du das? Wie hast du in einer Prisod? Ich habe dort mein Leben lang gelebt, also es macht einfach Sinn. Ich muss mir noch kurz... EhhMmmmmmm... Machen wir auf Eigenkür... Hier sieht man etwas falsch. hier ist es auch noch ein paar zu innen der kackpolle ist noch da und zwischen der blickenden die wäsche so ganz schön jetzt geht er geht weg er geht weg er geht weg jetzt muss ich auf ich mache schon ich mache schon der pulle hat jetzt ein scheiß kaffee bekommen muss darüber kommen danke Schau! Schau, was du mir gemacht hast! Okay, passt. Gut, der geht aus Scheißhaus. Ich nutze noch was, ja, ich möchte gern ein bisschen Wasser, ja. Ich habe Schmerzen. Ja, ich nehme Schmerzen. Solange es hier ist, kann ich nichts machen, verdammt. Ja, ich erinnere mich. Geh sie weg. Geh sie weg. Wenn schnell bis ganz, ganz stark dahinter verschicken. Jetzt gerade nicht, gerade nicht, gerade nicht, jetzt wird er. Ich muss jetzt achten, drauf achten, drauf achten und... Oh, ich habe es geschafft. Sehr gut. Hoch, liebe mein Ausbrechertalent. Ich habe mich nicht gesehen. Oh nein. Hey, was sind Sie da? Nix. Let's move. Ja, sicher. Okay, ich brauche jetzt ein Meißel. Und Meißel oder wie die Dinger da hier. Ein Meißel. Ich brauche eigentlich mal eine kurze Stelle, wo wir langsam die Folge beenden und neu machen könnten. Ja. Aber gut, 30 Minuten sind auch okay. So, so. What's your plan? Excuse me? I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Come on now. Look, I appreciate what you did back there, but you need to back off. Uh-huh. Hey. What? I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Yeah? Not my problem. Just drop for my help here. You know what? I don't need your help. I can have it myself. Yeah? Yeah? Like you did in the infirmary back there? You trying to be funny? No, no. I'm not. Yes. Listen. I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said. I can have them myself. What about our heart, you bitch? Hmm. The fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are hidden in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both born and dead. You don't know shit about me, man? Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. I should just love you. With or without you. We both. They are. I'm a man. We both. We both. Like, always. You know what. That's all I hate. Did you know? Right. I'm not in the background. You know what? Ahem. Ahem. It's my plan. And I decide what goes down. You got that? Sure. Whatever you say. I mean it, man. You fuck yourself, I'll kill you myself. Yeah, I get it. So what's your plan? You'll know soon enough. Mm-hmm. Passt doch. Perfekten Zeitpunkt ausgeht, um die Folge runter zu switchen. Ja.